Transparenz ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, die andere ist die Prüfungsgestaltung selbst. Die müssen nämlich so gestaltet werden, dass Täuschung verhindert und Lernergebnisse sichtbar werden. Wenn es der Aufwand zulässt, sollten Sie dafür zum Beispiel die schriftliche Prüfung um andere Aktivitäten ergänzen, die insbesondere die metakognitiven Fähigkeiten Ihrer Studierenden fokussieren. Zwei verbreitete Möglichkeiten dafür sind natürlich einerseits die klassische Begleitung von Schreibprozessen in Form von Betreuung. Dabei geht es dann nicht darum, dass Sie die KI-Nutzung detektivisch ausschließen, sondern darum, Reflexion anzuregen und das Überarbeiten von Texten zur Routine werden zu lassen. Die zweite verbreitete Möglichkeit ist natürlich das Kolloquium oder irgendeine Form von anderweitiger Präsentation einer Arbeit, bei denen Studierende ihr Vorgehen verteidigen. Weniger verbreitet, aber ebenso geeignet sind folgende drei Möglichkeiten. Die erste ist, in kurzen mündlichen Prüfungen wird nicht Wissen abgefragt, sondern ein von Ihnen als lehrender, ausgewählter, anspruchsvoller Zusammenhang aus der Arbeit diskutiert. Für eine solche kurze Prüfung reichen schon zehn Minuten. Die zweite Möglichkeit betrifft kurze Reflexionstexte oder kurze Videos, vielleicht drei Minuten. Das möchte ich Ihnen besonders empfehlen. Studierende können darin eine metakognitive Aufgabe bearbeiten, beispielsweise ihre Ergebnisse kritisch würdigen, den Schreibprozess reflektieren, wichtige konzeptionelle Entscheidung ihrer Arbeit begründen und rechtfertigen. Dafür eignet sich auch die Begleitung einer Mindmap, die wichtige Entscheidung der Arbeit visualisiert. Die dritte Möglichkeit, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Prozessportfolio. Studierende sammeln darin im Schreibprozess ihre Zwischenergebnisse, wählen nach Fertigstellung einige für sie bedeutsamer aus und reflektieren deren Bedeutung für ihr eigenes Lernen. Zentral für all diese Maßnahmen ist also, dass Studierende dabei eine Metaperspektive auf ihre Arbeit einnehmen. Diese Maßnahmen schulen sie darin, ihre Entscheidung zu reflektieren und zu verantworten, mit oder ohne KI. Dem Mehraufwand für sie als Lehrende kann dann natürlich wiederum beispielsweise durch kürzere Arbeiten begegnet werden.